Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Servus, ich bin der Csiki, ich spiele bei Anadolu, bin der linke Flügel und ich tippe jetzt das Spiel Pfaffenhofen gegen München Leim. Da tippe ich auf Pfaffenhofen 2 zu 1. Grüße gehen raus an Rathmann. Okay, also das nächste Spiel SV München gegen Penzberg. Also Neuperlach, sehr stark in der Offensive, aber Penzberg, da kenne ich den Sandro Volz von früher und da wird es sehr schwer, glaube ich ein Tor zu machen. Da tippe ich auch auf unentschieden 0-0. Reisding Aubing? Reisding Aubing tippe ich natürlich, glaube ich, dass der Koch trifft. Der Aubing. Ich mache da ein klares 3-1 für Aubing und Grüße gehen raus an die Heikelbrüder. Was haben wir hier? SV Bad Heilbronn gegen Füßfeldbruck. Wird, glaube ich, ein klares Spiel für Bad Heilbronn mit 3-0. Denklingen gegen Berg. Ich denke, das macht Berg. Denklingen steht unten drin, braucht zwar die Punkte, aber ich schätze Berg eigentlich ziemlich stark ein. Wir müssen 2-0. Penzingen gegen Hertha München. Da denke ich auch ein klares 0-0, oder? Was sagst du? Das sage ich auch so. Dann haben wir noch ein Spiel. Anadolu gegen Phoenix. Das ist ein klares Handicap-Spiel. Was tippt man da? Anadolu. Oh, machen wir ein 3-1? Ja. Ein 3-1 machen wir. Genau. Und die Griechen sind im Urlaub. Ja, klasse. Spielfrei. Das ist Saloniki. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.